Heya! Und willkommen zurück zu den Legend of Zelda The Minish Cap. Wir sind hier in dem dunklen, dunklen Schloss Hyrule. Und eventuell erreichen wir heute das Finale. Ah genau, hier waren wir glaube ich, oder? Genau, hier ist die heilige Stelle. Hier haben wir unser Schwert der Vier machen lassen. Das ist übrigens sehr, sehr starkes und mit dem wir sehr weit kommen. Aha, okay, das muss man von außen rum machen. Hat er gar nicht das überhaupt von hier aus? Ich bin jetzt leider hier runtergesprungen beim letzten Mal. Ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich den kompletten Blick wieder zurücklatschen. Und dann, selbst dann weiß ich nicht, wie ich hier weiterkomme. Aber warte mal, ist die Tür echt? Äh, nein, die ist nicht echt. Wir haben den Schlüssel. Und wir haben die Map. Ich weiß aber nicht genau, wo wir beides, also wo wir den Schlüssel zumindest, äh, gebrauchen können. Ah, hier kamen wir nicht hoch. Da ist eine Treppe auf der anderen Seite. Das heißt, aua, die Treppe müsste irgendwo hier sein, richtig? Ist die direkt da rechts? War ich da einfach noch nie? Hier? Oh, ah, hierfür brauchen wir den Schlüssel. Okay, hat es ja alles perfekt gelöst. Wunderbar. Fuchs ja alles perfekt. Nächste Geld, glaube ich. Nicht dich. Ich meine, den Spinner da. Stopp mal mit einem Herz. Ein Herz, sag dich. Loser. Na, da habe ich mich nicht ganz vorbereitet auf die Nachhinein, muss ich sagen. Ich habe nur zwei Fehl und zwei leere Flaschen, also eigentlich ziemlich dumm von mir. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir nochmal zurück können. Von daher reicht das, denke ich, erst einmal. Ansonsten, wenn ich merke, es geht nicht mehr zurück, dann muss ich wohl kurz offscreen Sachen holen gehen. Verschwindet! Was chillt dich, äh, was so rum? Wow, 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 was? Oh, alle gleich sich schlagen. Okay, warte, wie meine ich das? Wir sind in einem Abstand von zwei Dingern immer. Also so, so, so und so. Hm? Wie mache ich das denn? Es sind die einen, in die eine Richtung gucken und die anderen in die andere Richtung. Wie stehe ich das denn an? Aber ich glaube, ansonsten war es richtig. Ah, nee, warte, so. So muss das gemacht werden. Ah. Mal hier, hier, hier und hier. Ich glaube nicht. Okay, lass hier schießen. Okay, ich mache es andersrum. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich es andersrum mache. Wenn ich ganz oben bin, dann will ich die Kamera sein. Jetzt schlagen, schlagen! Ach, oder vielleicht so ein Schwertwürfel? Nee, das kann ich doch nicht. Warte mal. Kurzer Test. Ah, ich kann doch nicht Schwertwürfel machen währenddessen. Ah, da muss man es so wahrscheinlich tun. Wahrscheinlich. Ja, nein. Ja, nein. Also ja, richtig. Aber ich habe es ja nicht geschafft, dass es mir ein Rund ist. Irgendwann ist da eine da. Nebengeblieben. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, wenn ich es nicht schaffe, dann schneide ich das, ganz ehrlich. Boah, finally, Mann. Boah, finally, Mann. Aber hier ist noch nichts, oder? Aber hier ist noch nichts, oder? Oh. Äh? Äh. Äh? Wozu habe ich mir die Mühe gemacht, das aufzumachen? Irgendwas stimmt hier nicht. Kann ich vielleicht den Teppich irgendwie so wegziehen? Äh. Bombe? Das andere fällt mir jetzt nicht ein. So. Hm. Wegbrennen. Brennen den Teppich ab. Nee. Eine Stamm-Attacke? Hm. Hm. Na gut, nach unten will ich ja auch gar nicht kommen, ne? Ich will ja eigentlich... Na, wo will ich denn eigentlich hin? Ich dachte, ich kriege ein Item oder so? Okay, keine Ahnung. Hä? Also, es ist hier doch nur was mit der Bombe. Was zur Hölle? Dass ich das gerade selber ohne Guide rausgefunden habe, finde ich auch krass. Aber, Junge... Hä? Und das war auf der anderen Seite auch? Warte, hab ich das überhaupt auf der anderen Seite gefunden? Ja, doch, muss ich ja gefunden haben. Wow, okay. Das war ein echt schwieriges Rätsel, wenn ihr mich fragt, aber... Na gut. Ist auch das Ende des Spiels. Können Sie ruhig machen, schätze ich. Bis zum... Oh mein Gott. Bosskampf. Roten Ritter. Oh, was zum... Was zur Hölle. Okay, pass auf. No, 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 no. Das ist das auch so einfach. Bro, du sollst auch von mir, so einfach kann ich auch von mir packen. Egal, ich mag es halt hier nicht. Oh, mal das so einfach. Links ist noch ein Raum. Ach, ich bin jetzt hier oben. Ah, wir kommen mal weiter nach oben. Ähm. Kompass. Um zu sehen, ob wir was verpasst haben. Ja, das ist der Boss hier ganz oben, es war klar. Oh, viele Kisten. Hier nur eine Kiste. Sonst gar nichts mehr. Okay. Was so... Warum hat der Stuhl gerade gewackelt? Oh. Deswegen. Oh. Hier ist es so künftig. Ich hab Angst im Dunkeln, ich komm mal nachtlich. Ich will ganz auf abfackeln, aber... Und das fuchs hier bei dem Mumi, oder? Ja, das fuchs hier bei dem Mumi. Ich brauch noch ein bisschen Leben, man. Bitte spendiert was Leben, man. Wie es in Mide ist, ganz dringend. Schade. Aber hey, neuer Ort, neues Gebiet. Na, muss ich mal kurz sehen. Ah, da waren wir gerade. Ah. It's all connected. Versteckt ihr mir irgendwas? Welchen Schlüssel oder so? Ich muss es mal ausprobieren. Am Ende haben sie was? Ach, Geld. Ach, das klingt auch an. So Geld hat er sich nicht, nein. Außer wenn ich natürlich dazu so nein sage. Dann sag ich dazu nein, aber sonst nie. Oh Gott. Äh, riesig Labyrinth. What the? Wow. Oh Gott. Oh Gott, das kann ja was werden. Nehme am besten mal mein Schild raus, damit er mich nicht herunterschmeißt. Oh, lass ich trotzdem dafür treffen. War ich die beiden nicht killen? Vielleicht so ein Wirbel machen. Aber, vielleicht so ein Wirbel machen. Ja, komm, im richtigen Moment so ein Wirbel tockel. Bestimmt. Jetzt. Okay, komm. Egal, lass es einfach. Okay, ich gehe mal nicht davon aus, dass da oben rechts noch was ist. Map sagt zum Beispiel auch, dass da nichts ist. Also lass ich es erstmal. Ich chill kurz. Oh. Knapp, aber gepasst. Knapp, aber hoch. Dankeschön. Ich schwindet bitte. Idioten, ihr nichts können. Ihr nur deutscher. Sind doch dabei ein paar Herzen. Nicht nur Geld. Geld ist auch schön, aber brauche ich da nicht so doll. Aha. Verstehe. Glaube ich. Maybe. Schauen mal. Du bist verstehe. Du, 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 du. Boah, schlechtes Timing. Oh, ganz schlechtes Timing. Man muss hier sowieso warten, okay. Äh. Komm, komm. Okay. Good job. Ja gut, es ist das halt gesperrt, aber. Ich denke, das wird schon egal sein. Ich hoffe, wir kriegen doch einen Teleporter. Ich muss auf jeden Fall nochmal zurück und ein paar fehlende Stacks oder so. Und die Tränke oder so. Das wäre ganz kluh. Wenn wir heute überlegen. In den Final-Boss-Kampf. Das ist jetzt nicht in dieser Folge, denke ich mal. Oder dann muss ich noch ein bisschen sagen dafür, aber. Am nächsten Mal stimmt's. Du, 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 du. Ich treffe nicht, danke. Aber sieht cool gemacht aus alles, ne? Hat was. Oh, jetzt. Jetzt sind wir ganz oben angekommen, glaube ich. Also von der Perspektive gerade kann ich gar nicht einschätzen, ob das in der Höhe ist, wo wir gerade sind oder in der Tiefe. Ich kann's gar nicht einschätzen. Ich weiß, ob das nur ich bin, aber das sieht wirklich weird aus. Aber logisch gesehen müssten wir eigentlich in der Höhe sein, ne? Okay, gehen wir mal in die Türme rein. Ah, boah. Von dieser Seite aus können wir nichts erreichen. Vielleicht von der anderen. Oh, hier ist ja gar nichts. Wir sind ja nur ein paar Lulatsche. Hm, der scheitert da. Der scheitert da. Nein, werfen. Werfen. Geht das nicht? Okay, da fällt man runter. Okay. Ähm, dann... Okay, aber auch nicht fliegen, oder? Nee, okay. Das ist ne Wand. Alles klar. Das geht nicht. Kann ich hier irgendeinen Block runterwerfen? Komme ich dann so weiter? Da drüber ist ein Schalter. Hm? Gab's da einen anderen Weg? Und warum... ...porte ich mich eigentlich... Ich bin nicht. Oder? Ich bin gerade übertverwirrt, falls man das erkennen konnte. Also, hier können wir ja nichts machen. Okay. Wenn das hier nicht richtig ist, wo soll es denn dann richtig sein? Woanders kann ich ja wahrscheinlich... ...nicht niederlassen. Oder kann ich hier runter? Nee, kann ich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Oh, doch. Okay, gut. Nee, dann muss ich da eigentlich in dem Turm weiterkommen können. Dann habe ich wahrscheinlich einfach nur irgendwas übersehen, wo das offensichtlich ist. Aber was? Ich meine ja, klar, dass da ein Schalter ist und so. Das habe ich schon verstanden, aber... Hier kann ich doch bestimmt mit der Bombe auch nicht erreichen, oder? Nee. Kann ich ja nicht rüberwerfen. Das war das Problem. Ansonsten habe ich ja auch nichts... ...dach rüber zu kommen. Hm? Nee, abschießen kann ich ja auch nicht durch die Wand. Hm? Nee. Doch, hier drüber? Aber how? Nee, da springt der einfach nur. Hm? Ich meine, ich schätze, ich kann sie abschießen. Und dabei killen. Ich glaube aber nicht, dass das mir irgendwie hilft. Nee, da sind jetzt... ...Pubine gedaufte ich nicht bekommen. Toll. Oh! Äh, äh, was? Man braucht den Bumerang hier? Ich habe ihn noch nie im Spiel gebraucht. Seit wann brauche ich den Bumerang? Ich habe mir einfach nur so gesagt, welches habe ich noch nicht probiert. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, Bumerang. Aber wenn die Bombe nicht funktioniert, dann wird der Bumerang auch nicht funktionieren. Doch. Doch. Man muss es mit dem Bumerang machen. Okay? Warum auch immer? Jetzt geht's. Ähm. Toll. Ich erwarte, dass man die Bumerang jemals nochmal gebrauchen würde. Wenn überhaupt den magischen Bumerang. Klar, ob es doch mit dem normalen geht. Bestimmt, aber... Okay, die Ecken und die Inneren. Das heißt doch bestimmt... ...der, der, der und der, oder? Stimmt. Aber was ist denn das? Ich habe den First Try, weißt du? Oh, Mann. Ähm. Interessant. Jetzt sind wir ganz oben im Turm. Oh, was habt ihr für ein goldener Gegner, Alter? Äh. Äh. Bomben. Okay, funktioniert nicht. Ähm. Ähm. Pfeile. Pfeile funktionieren immer. Äh. Falsche Richtung. Pju. Nee, die blocken das manchmal. Aua. Aua. Die blocken das ab. Wow. Aua. Alter. Schon. Okay. Nicht getroffen. Haha. 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 Verdammt. Das funktioniert nicht. Da mache ich irgendwas falsch. Vielleicht mit dem Schild rangehen. Aua. Ja, wenn die gerade angegriffen haben. Wenn sie gerade geworfen haben. Wow. Komm. Halt. Nö. Okay. Ähm. Scheinbar sind wir jetzt hier im Finale angekommen. Also Finale. Finale. Jetzt können wir noch einmal zurück, wenn wir wollen. Und wüsste was? Ich kann es nicht noch tun. Weil mir fehlen noch ein paar Items, die ich auf jeden Fall benötigen würde, um diesen Dungeon vorständig abzuschließen. Ich habe jetzt eine fehlgeopfert und drei Flaschen aufgefüllt mit einem roten Elixier, London Milch und Ferro's Hallesmann. Ich weiß, ich habe nur ein Haus vermietet, die anderen beiden Ladies haben jetzt kein Haus. Ich könnte noch ein Haus vermieten, aber wisst ihr was, kein Bock. Die anderen haben es nicht verdient. Keine Ahnung. Ich habe keinen Bock drauf. Lohnt sich nicht. Ein Fallesmann reicht mir vollkommen. Und warum ist die Tür hier zugeknallt? Irgendwer will uns hier nicht haben, glaube ich. Das ist nur so eine Vermutung. Ich glaube, wir sind es nicht erwünscht. Ich weiß, crazy Story hier, aber... Das sind meine Theorien. Und ich habe hier eine... Boah. Was ist passiert? Was ist gerade passiert? Wie ist das? Spawn direkt wieder hier. Wie das geht nicht. Die fällt direkt wieder runter. Dann muss man das mit den... Warum muss man es machen? Muss ich die wieder so rüber... tricksen? Ja, wisst schon. Das sind wir auf die Plattformen ran. Ne, das können sie gar nicht. Die sind ja stuck. Hä? Wie soll das denn dann funktionieren? Soll ich Ihnen die Hand näher und genau dann? Hör doch jetzt! Oh, man soll ja eigentlich nach oben springen. Aber ich meine, es hat funktioniert. Okay, so war das... Ne, jetzt hat die Tür noch zu. So ist das nicht geplant. Okay. Egal. Aber... Ey, das hat funktioniert. Irgendwie habe ich das durchgeglitscht. Aber egal. So, hier kann man hoch. Und dann wahrscheinlich die Dinger irgendwie... Mit dem Bumarang? Okay, der Bumarang ist so irgendein Grund hier sehr erwünscht im Spiel. Ne, ne, das macht nur die Tür auf. Vielleicht war das wirklich so gefällt. Das kann ja nicht sein. Ach komm. Nein! Mann! Bin jetzt schon wieder fast tot. Dabei geht der Ganschen doch erst. Ja, da geht der Bosskampf doch gar nicht erst los, Alter. Ich bin noch auf dem Weg zu ihm. So, Fati. Ich denke mal, er wird der Boss hier sein. Schon wieder zu. Ich bin jetzt natürlich immer noch nicht. Sonnenlinger. Soll ich ruhig hier? Alles gut. Oh, in der Kiste, da habe ich hin. Ich habe das Gefühl, die... Wir haben ihn aber nicht erreicht. Wow! Schwarzer Ritter. Oh mein Gott. Ähm, ähm, ähm. Fress die Bomben! Die sind genauso wie du. In der gleichen Farbe, meine ich. Aua. Verdammt, ist das super kurz gestunt, ne? Super kurz noch. Okay, dann versuchen wir... Was versuchen wir? Was versuchen wir? Wir suchen den Bumarang. Okay, fuxier dich. Okay, okay. Okay, Schwert und Schild. Jetzt! Nein. Oh! Alter, wie viel Damage er macht! Hab ich das gesehen? Okay, das ist wahrscheinlich der stärkste Gegner bisher. Komm, macht einen Angriff, macht einen Angriff. Macht einen übertriebenen Angriff. Na komm. Mach. Komm. Komm, mach. Nicht den. Nicht den. Immer noch nicht den. Er macht es nicht. Na ja, ohne Bomben kann man den doch gar nicht besiegen, oder? Ja, doch. Muss aber richtig schnell und nah dran sein. Aha. Ich will mal ohne Items besiegen. Ich versuch's mal. Auch wenn ich jetzt fast tot bin. Vielleicht gehen wir am Ende noch ein paar... Und... Die Attacke. Okay. Aber wenn ich fast tot bin, stimmt, dann hab ich ja dieses Special Attack. Aaaaaaah. Nein, wie denn? Wie das hat das denn nicht funktioniert? Alter, das trifft ihm gar nicht. Das juckt ihn nicht. Oh nein. Okay. Oh nein. Nein. Okay. Ähm. Das ist sehr schlecht. Ich muss den Müll schränken. Und die andere Hälfte auch noch. Oh Gott. Das ist wirklich schwer. Verdammt. Ich hab mir nem Fee halt geopfert jetzt. Das ist das große Problem. Das nur, weil ich ihn mal nicht mit Bomben spammen machen will. Na komm. Komm schon. Das kann doch nicht sein. Hallo. Oh mein Gott. Oh ja, klar. Spawn doch mehr von denen. Was ist das denn für eine Irre? Ey, das ist das... krank. Ja, Leute. Die werden wir beim nächsten Mal dann besiegen. Wir haben irgendeinen Vorbeschmack gehabt. Wie schwer diese Kämpfe dann auch sein werden. Ich glaube, ich geh nochmal eben ein paar Heiltrecke kaufen. Und vielleicht noch ne Fee suchen. Ich glaube, ich glaube, ich bin ein paar Heiltrecke kaufen. Ich glaube, ich glaube, ich bin ein paar Heiltrecke. 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 Ich bin ein paar Heiltere.